Wie geht es um die 70 Jahrwochen Daniels und um eine Art der Auslegung, die zu besseren Ergebnissen führt als die bisher weit verbreitete Lesart? Die bisherige Lesart berechnet die 69 Jahrwochen ausgehend vom Jahr 445 v. Chr., nämlich von Ataxerxes bis zum triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem bzw. bis zu seiner Kreuzigung. Da die ersten Jahrwochen aber in zwei Fristen aufgeteilt sind, nämlich einmal in sieben Jahrwochen und einmal in 62 Jahrwochen, berechnen wir hier zwei Fristen ausgehend vom gleichen Datum, nämlich vom Jahr 605 v. Chr. Das ist nachweislich das Jahr, in dem Jeremia sein Kapitel 25 geschrieben hat, das Daniel in Daniel 9 liest. Also wird ausgehend vom Jahr 605 v. Chr. eine erste Frist von sieben Jahrwochen berechnet und die führt zu Kyros, dem Gesalbten aus Jesaja 45. Neu ist, dass die zweite Frist von 62 Jahrwochen ebenfalls vom Jahr 605 v. Chr. ausgerechnet wird und zu Antiochus Epiphanes führt. Diese Art der Deutung wird im Clip im Detail erläutert. Es geht mir nicht darum, die Ausleger, die die althergebrachte Version vertreten, zu diskreditieren, aber die Art ihrer Auslegung darf und muss hinterfragt werden, denn sie hat wesentliche Mängel. Es ist wichtig, die ersten Clips gesehen zu haben, um das hier Gezeigte zu verstehen. Also schaut euch bitte die ersten Clips an und dann kommt gerne wieder hierhin zurück und schaut euch dieses Video an. Dies vorausgeschickt wünsche ich allen Zuschauern Gottes Segen beim Anschauen des Videos und beim Nachprüfen an Gottes Wort. In Daniel 9 berichtet Daniel davon, dass er im Jahr 539 v. Chr. das Kapitel 25 des Propheten Jeremia gelesen hat. Er hatte verstanden, dass die babylonische Gefangenschaft 70 Jahre dauern würde. In Daniel 9 Vers 1 steht, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahaspharos, aus dem Stamm der Meda, der über das Reich der Chaldea König wurde. In diesem ersten Jahr seiner Herrschaft verstand ich Daniel in den Büchern die Zahl der Jahre, die sich an Jerusalem erfüllen sollte. So war das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen. 70 Jahre soll Jerusalem Wüst liegen. Das Kapitel 25 im Jeremia-Buch wurde im Jahr 605 v. Chr. verfasst. Als Daniel das Kapitel im Jahr 539 v. Chr. las, verstand er, dass laut Jeremia die babylonische Gefangenschaft drei Jahre später, also im Jahr 535 v. Chr. beendet sein würde und Israel in sein Land zurückkehren sollte. Er las in Jeremia, dass Israels Sünde die babylonische Gefangenschaft verursacht hatte. Darüber erschrak er und richtete ein ergreifendes Bußgebet an Gott, der daraufhin den Engel Gabriel zu Daniel sendet, um ihn über das Kommende zu unterrichten. Das ist in Kürze der Inhalt von Daniel 9. In Jeremia 25 Vers 11 ist von der Verwüstung und Zerstörung Israels die Rede. Aber es wird nichts von seiner Rückführung erwähnt. Von einer Rückführung Israels spricht hingegen Jeremia 29. Denn so spricht der Herr, Voraussetzung für die Rückführung Israels war Buße und die Aufforderung Gottes, ihn von Herzen zu suchen, was Daniel in seinem Bußgebet in Kapitel 9 hingebungsvoll getan hat und was dazu führte, dass Gabriel zu ihm kam. Jeremia 25 und Jeremia 29 sprechen also beide von einer 70-jährigen Dauer der babylonischen Gefangenschaft. Jeremia 25 wurde im Jahr 605 vor Christus geschrieben. Jeremia 29 hingegen frühestens im Jahr 597 vor Christus. Daniel zitiert in Kapitel 9 die Passage aus Jeremia 25. Aber was ist der Grund, warum Daniel von Kapitel 25 und somit von 605 vor Christus rechnete und nicht von Kapitel 29? Weil der Engel sagte, dass die 70 Jahrwochen beginnen würden mit dem Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut würde. Dieses Wort, das ausging, steht in Jeremia 25 Vers 1. In Jeremia 29 hingegen geht kein Wort Gottes aus. In Jeremia 29 hat Jeremia den Exzellanten in Babylon bloß das Wort zugerufen und erklärt, dass er Jahre vorher in Kapitel 25 erhalten hatte. Ein Wort Gottes geschah also ausschließlich in Kapitel 25. In Kapitel 29 hingegen erklärt Jeremia dieses Wort den Exzellanten damit, dass dieses Wort gleichzeitig bedeutet, dass Israel nach 70 Jahren wieder zurück in sein Land geführt würde. Wenn der Engel aber sagt, dass die 70 Jahrwochen mit dem Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut würde, beginnen, dann kann sich das nur auf Jeremia 25 Vers 1 beziehen, denn nur dort ergeht ein Wort Gottes an Jeremia. In Kapitel 29 ruft er den Exzellanten in einem Brief lediglich das Wort zu, das er bereits Jahre vorher in Kapitel 25 von Gott empfangen hatte. Darüber hinaus ist das genaue Jahr der Abfassung von Kapitel 29 nicht bestimmbar, denn in diesem Kapitel gibt es keinerlei Datumsangabe. Hingegen erhält Jeremia 25, das Kapitel, in dem Gottes Wort an Jeremia geschah, gleich drei Datumsangaben, damit man den Beginn der Jahrwochen dreifach genau bestimmen kann. Dazu aber später mehr. Wenn er vom Jahr 605 v. Chr. gerechnet hat, kommt er bei einer 70-jährigen Gefangenschaft ins Jahr 535 v. Chr. Er las den Text im Jahr 539 v. Chr. Nach dieser Rechnung wären es also noch vier Jahre bis zum Ende der babylonischen Gefangenschaft. Es war das, was Daniel aus dem Text verstanden hatte und weswegen er zu Gott betete. Der Engel Gabriel beginnt nun, Daniel zu unterweisen. Daniels Frage war ursprünglich, ob die 70 Jahre babylonischer Gefangenschaft in vier Jahren vorbei sein würden. Der Engel antwortet sinngemäß, nicht 70 Jahre, sondern siebenmal 70 Jahre wird es dauern, bis alle Prophetien über Israel und Jerusalem erfüllt sein werden. Denn er sagt, Zunächst steht hier, dass es sich um 70 Wochen oder besser um sieben Siebener handelt. Es sind nicht Wochen von Tagen, sondern Wochen von Jahren. Insgesamt handelt es sich also um 70 mal sieben Jahre, was insgesamt 490 Jahre ergibt. Danach kommt die Vollendung. Dem Frevel wird ein Ende gemacht, die Sünde wird versiegelt, die Schuld wird gesühnt, es wird eine ewige Gerechtigkeit gebracht, Gesicht und Weissagung werden besiegelt und das Allerheiligste wird gesalbt werden. Was das alles zu bedeuten hat und für welche Zeit es gilt, soll später gesondert behandelt werden. Der Engel sagt, dass die Daniel-Prophetie allein für Israel und Jerusalem gilt und sich auf 70 Jahrwochen beschränkt. Ereignisse, die außerhalb dieser 70 Jahrwochen liegen, sind daher nicht Inhalt der Daniel-Prophetie. Sie sind also nicht in Daniel erwähnt und nicht gemeint. Die Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 n. Chr. liegt aber 40 Jahre nach der Kreuzigung Christi und damit außerhalb, weil rund 40 Jahre nach der 69. Jahrwoche, deren Ende im Allgemeinen mit der Kreuzigung Christi, erklärt wird. Daher kann die Zerstörung des Jerusalemer Tempels in Daniel nicht vorhergesagt worden sein. Das ist wichtig. Es soll jetzt geklärt werden, wann die 70 Jahrwochen Daniels beginnen. Der Engel nennt hierzu einen ganz bestimmten Zeitpunkt. So wisse nun und gib Acht, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Die Frage, die es also zu beantworten gilt, ist, welcher der in der Bibel erwähnten Zeitpunkte ist der, ab dem die 70 Jahrwochen beginnen? Ist es der Befehl des Kyros oder der des Darius oder der des Ataxerxes? Denn alle drei haben einen Erlass gegeben, den Tempel oder auch die Stadt selbst aufzubauen. Und sie bauten und richteten auf nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Chores, Darius und Ataxerxes, der Könige in Persien. Die Regierungszeiten der drei genannten Könige war wie folgt. Kyros, von 559 bis 530 vor Christus, er war Oberkönig von ganz Persien. Darius der Meder, von 539 bis 486 vor Christus, er war Unterkönig von Chaldea. Ataxerxes, von 465 bis 424 vor Christus, er war Oberkönig von ganz Persien. Kyros gab seinen Befehl zum Bau des Tempels im Jahr 559 vor Christus. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, das erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Und er ließ ausrufen in seinem ganzen Königreich auch durch Schrift und ließ sagen, so spricht Kyros, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat mir der Herr, der Gott des Himmels, gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Judah zu bauen. Darius hingegen gab seinen Befehl um das Jahr 537 vor Christus. Da hörte auf das Werk am Hause Gottes zu Jerusalem und blieb nach bis ins zweite Jahr des Darius, des Königs in Persien. Das war das Jahr 537 vor Christus. Ataxerxes schließlich gab seinen Befehl im Jahr 445 vor Christus. Im Monat Nisan, des 20. Jahres des Königs Ataxerxes, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Gefällt es dem König und ist dein Knecht dir angenehm, so wollest du mich nach Judah reisen lassen in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und als es dem Könige fiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit. Da die Regierung Ataxerxes im Jahr 465 begann und er im 20. Jahr seines Königreiches den Befehl an Nehemiah gab, Jerusalem wieder aufzubauen, war das das Jahr 445 vor Christus. Aber welcher der drei Befehle ist der richtige Zeitpunkt für den Beginn der 70-Jahr-Wochen? Laut dem Engel Gabriel sind, ausgehend vom Stichtag, zwei Zeitpunkte zu ermitteln. Ein erster nach 49 Jahren, 7 Jahr-Wochen zu 7 Jahren und ein zweiter nach weiteren 434 Jahren, nämlich 62 Jahr-Wochen zu 7 Jahren. Deshalb werden in den üblichen Berechnungen 483 Jahre, also insgesamt 69 Jahr-Wochen, vom gewählten Ursprungsdatum ausgerechnet. Rechnet man ab dem Erlass des Kyros im Jahr 559 vor Christus, kommt man auf die Jahre 510 und 76 vor Christus. Aber im Jahr 510 vor Christus ist kein gesalbter Fürst gekommen und die Kreuzigung Jesu, die man hier unterstellt, ist nicht im Jahr 76 vor Christus gewesen. Rechnet man ab dem Erlass des Darius im Jahr 537 vor Christus, kommt man auf die Jahre 488 und 54 vor Christus. Im Jahr 488 vor Christus ist aber ebenfalls kein gesalbter Fürst erschienen und die Kreuzigung Jesu geschah auch nicht im Jahr 54 vor Christus. Rechnet man ab dem Erlass des Ataxerxes im Jahr 445 vor Christus, kommt man auf die Jahre 396 vor Christus und 38 nach Christus. Im Jahr 396 vor Christus ist wiederum kein gesalbter Fürst gekommen und die Kreuzigung Jesu kann unmöglich im Jahr 38 nach Christus gewesen sein. Also passen alle drei Termine nicht. Um einen der drei Termine dennoch passend zu machen, bedient man sich eines Tricks, denn nach biblischer Zählweise hat jedes Jahr 360 Tage. Man rechnet also 69 Jahrwochen mal 7 Jahre und kommt auf 483 Jahre. Diese 483 Jahre multipliziert man mit 360 Tagen pro Jahr und erhält 173.880 Tage. Diese 173.880 Tage teilt man dann wieder durch 365 Tage und erhält nur 476,38 Jahre. Dann wählt man den Erlass des Ataxerxes im Jahr 445, denn das ist der einzige, mit dem die Rechnung funktioniert, und subtrahiert von 445 die 476,38 Jahre und kommt ins Jahr 31,38 nach Christus, gerundet also 32 nach Christus. So glaubt man, die Frist von 69 Jahrwochen, ausgehend vom Erlass des Ataxerxes, bis zur Kreuzigung Jesu genau berechnet zu haben. Aber war bei dieser Art der Berechnung vielleicht der Wunsch Vater des Gedankens? Hat man die Berechnung so lange hin und her gebogen, bis sie einem im Voraus erwarteten Ergebnis entsprach? Hat man den Zeitpunkt des Erlasses Ataxerxes willkürlich gewählt, weil nur er das gewünschte Ergebnis ermöglicht? Der Gedanke drängt sich auf, denn es bleiben wichtige Fragen unbeantwortet. Denn wenn die Frist im Jahr 445 v. Chr. zu laufen begann, warum kam dann nach den ersten sieben Jahrwochen im Jahr 396 kein gesalbter Fürst? Ist eine Umrechnung der Jahre von 360 auf 365 Tage überhaupt zulässig? Ja, bei dieser Art der Auslegung bleiben viele Fragen unbeantwortet. So als ob man ein Ergebnis erhalten will, das man zu Beginn vorausgesetzt hat, dass nämlich der gesalbte Jesus Christus sei. Die Ergebnisse bei der herkömmlichen Berechnung stimmen aber in weiten Teilen nicht mit den Aussagen Gabriels überein und auch nicht mit der Jesaja-Prophetie. Außerdem fügen sie sich nicht in den Kapitelzusammenhang in Daniel ein. Sie können auch nicht erklären, warum nach sieben Jahrwochen kein Gesalbter kam. Und sie benutzen einen Trick, um die Berechnung auf ein vordefiniertes Ergebnis anzupassen. Vielleicht können wir das mit einer anderen Art der Deutung lösen? Fangen wir an, den Beginn der 70 Jahrwochen zu definieren. Warum wird der Beginn der Jahrwochen nicht 49 Jahre vorverlegt, sodass man bis Kyros rechnen kann? Denn er soll ja laut Jesaja 44 den Bau des Tempels ermöglichen und er wird in Jesaja 45 sogar als Gesalbter bezeichnet. Der ich spreche von Chores, der ist mein Hirte und soll all meinen Willen vollenden, dass man sage, zu Jerusalem sei gebaut und zum Tempel sei gegründet. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, dem Chores, den ich bei seiner rechten Hand ergreife, dass ich die Heiden vor ihm unterwerfe und den Königen das Schwert abgürte, auf das vor ihm die Türen geöffnet werden und die Tore nicht verschlossen bleiben. Der Gedanke bis auf Kyros zu rechnen hat etwas Bestechendes. Denn wenn eine Berechnung möglich wäre, bei der Kyros nach sieben Wochen bzw. nach 49 Jahren auftreten würde, dann wäre die Prophetie Daniels im Einklang mit der Prophetie aus Jesaja 45. Denn dann wäre in beiden Prophetien Kyros der Gesalbte. Der Regierungsantritt des Kyros war um das Jahr 559 v. Chr. Das exakte Datum ist aber nicht überliefert. Rechnet man dennoch von da aus zurück, kommt man in das Jahr 608 v. Chr. Das ist bis auf drei Jahre genau das Jahr, in dem Jeremia sein Kapitel 25 verfasst hat. Das Kapitel, das Daniel zweifelsohne gelesen und in Daniel 9 zitiert hat. Aber dürfen wir dieses Kapitel in Jeremia 25 und damit den Zeitpunkt seines Entstehens tatsächlich für unsere Berechnung verwenden? Denn Jeremia erhielt in Kapitel 25 lediglich eine Prophetie darüber, dass Israel 70 Jahre lang verlassen und verwüstet sein würde. Von einer konkreten Rückführung Israels ist dort nichts erwähnt. Davon schrieb er vielmehr in Kapitel 29, das aber frühestens im Jahr 597 v. Chr. verfasst wurde. Nun zitiert Daniel in Kapitel 9 ausschließlich Jeremia 25 und nicht Jeremia 29. Das Studium dieser beiden Passagen führte Daniel zwar zu einem ergreifenden Bußgebet, aber er benennt in Daniel 9 allein Jeremia 25. Nur zu dieser Passage unterrichtete Gabriel dem Propheten Daniel. Die Unterweisung Gabriels bezog sich also einzig auf Jeremia 25 und deshalb darf und muss für die Berechnung des Beginns der 70-Jahr-Wochen das Jahr 605, das Datum der Abfassung von Jeremia 25, angesetzt werden. Wenn das so sein sollte, und wir werden weitere Belege dafür finden, dann hat Gott selbst den Zeitpunkt für den Beginn der 70-Jahr-Wochen definiert, und zwar durch eine Prophetie an Jeremia. Der Beginn der 70-Jahr-Wochen wird also nicht durch die Erlasse des Kyros, des Darius oder des Ataxerxes markiert. Sie waren allesamt ausführende Werkzeuge Gottes, aber die Definition des Zeitpunktes hat Gott sich selbst vorbehalten, durch den Propheten Jeremia niederschreiben lassen und schließlich Daniel offenbart. Das Wort, das also ausging, dass Jerusalem wieder gebaut würde, waren nicht die Erlasse ethnischer Könige, sondern es war die Prophetie Gottes an Jeremia. Jeremia nennt das Jahr der Abfassung von Kapitel 25 schon zu Beginn des Kapitels und definiert gleich drei Zeitpunkte, um das Jahr der Abfassung genauestens festzulegen. Dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah über das ganze Volk von Judah im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Judah. Das ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel. Der Prophet Jeremia sprach zu dem ganzen Volk von Judah und zu allen Bürgern Jerusalems vom 13. Jahr des Josia an, des Sohnes Ammons, des Königs von Judah, ist das Herrnwort zu mir geschehen bis auf diesen Tag und ich habe nun zu euch 23 Jahre lang immer wieder gepredigt, aber ihr habt nicht gehört. Die drei Zeitpunkte, die Jeremia nennt, sind das vierte Jahr Jojakims, des Königs von Judah, das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, das 13. Jahr Josias, zuzüglich 23 Jahre. Das vierte Jahr Jojakims, 609 bis 598 v. Chr., war das Jahr 605 v. Chr., das erste Jahr Nebukadnezars, war ebenfalls das Jahr 605 v. Chr., das 13. Jahr Josias, 640 bis 609, war das Jahr 628 v. Chr., denn es heißt im 13. Jahr, abzüglich 23 Jahre, ergibt ebenfalls 605 v. Chr. Alle drei Benennungen weisen also eindeutig in das Jahr 605 v. Chr. für das Entstehen des Kapitels 25 hin und markieren somit den Beginn der Laufzeit der 70 Jahrwochen. Unterstellen wir also das Wort in Jeremia 25 als den Startpunkt für die 70 Jahrwochen. Zählt man von da ab 49 Jahre, also sieben Jahrwochen, kommt man in das Jahr 556 v. Chr. Es ist das Jahr, in dem ein Gesalbter, ein Fürst, auftreten sollte. Kyrus wurde ungefähr um das Jahr 559 v. Chr. König von Persien. Der genaue Beginn seiner Herrschaft ist historisch nicht exakt bestimmbar. Kyrus diente zunächst als ein Regionalkönig unter Astiages, der 559 v. Chr. In Wikipedia steht, der Zylinderinschrift der Nabonaid-Chronik und einem weiteren Keilschrifttext kann entnommen werden, dass Kyrus um 559 v. Chr. als regionales Mitglied der medischen Konföderation seinem Vater Kambysis I. als König von Anshan, also als Königfürst unter dem Mederkönig Astiages folgte. Es ergibt sich aus diesen Angaben der wahrscheinliche Ablauf, dass der Sturz des Astiages sich in Teilschritten vollzog und Kyrus über mehrere Jahre einzelne Feldzüge gegen die anderen Partner des Astiages führte, die im Jahr 553 v. Chr. in der Region Haran ihren Anfang nahmen. Die endgültige Übernahme der Mederkonföderation durch die Perser wird deshalb zumeist auf 550 v. Chr. angesetzt. Auf Astiages folgte Kyrus als König von Persien. Ob seine Krönung im unmittelbaren Anschluss an den Tod Astiages oder erst einige Jahre später geschah, ist im Nebel der Geschichte untergegangen. Aber die biblische Zeitangabe nennt 556 v. Chr. und ist bis auf drei Jahre genau. Oder die historische bis auf drei Jahre ungenau. Denn die Krönung von Kyros könnte sich durchaus drei Jahre verzögert haben. Ein Umstand, den die historischen Quellen zulassen, denn aus dem oben genannten Wikipedia-Eintrag wird die endgültige Übernahme der Mederkonföderation durch die Perser erst auf das Jahr 550 v. Chr. angesetzt. Also sechs Jahre später, als der aus der biblischen Prophetie errechnete Termin. Kyros war bis circa 559 v. Chr. ein Regionalfürst unter Astiages und wurde laut der einschlägigen historischen Berichte erst Jahre nach diesem Datum offizieller König von ganz Persien. Bis dahin war er also tatsächlich ein Fürst, was die biblische Prophetie über sein Kommen und seine dortige Dienstbezeichnung bestätigt. Außerdem ist Kyros ganz eindeutig der Gesalbte, der in Jesaja 45 erwähnt wird, was eine große Bestätigung der hier formulierten These bedeutet, die somit auf Gottes Wort und Prophetie gründet und ihr entspricht. Damit haben wir den Beginn der 70 Jahrwochen bestimmen können und auf das Jahr 605 v. Chr. festgelegt. Der wichtigste und naheliegendste Grund hierfür ist der, dass wir schlichtweg die Bibelstelle verwenden, die Daniel selbst in Daniel 9 zitiert und auf die der Engel Gabriel folgerichtig Bezug nimmt. Das Wort, das erging, dass Jerusalem wieder aufgebaut werde, ist somit kein Erlass von Kyros, Darius oder Ataxerxes. Es lohnt sich auch nicht, von deren Erlassen Fristen und Zeitpunkte zu berechnen. Denn keiner der so ermittelten Zeitpunkte liefert ein sinnvolles Ergebnis. Das Wort, das erging, dass Jerusalem wieder aufgebaut werde, ist ganz einfach Gottes prophetisches Wort an und durch Jeremia in Kapitel 25. Das ist ein schönes Ergebnis. Gott selbst setzt den Beginn der 70 Jahrwochen fest. Diesen Zeitpunkt kann man sehr gut ermitteln, wenn man Daniel aufmerksam liest und nachsieht, welches Kapitel aus Jeremia gelesen hat und wann dieses Kapitel geschrieben wurde. Schön ist auch, dass die Bibel in Esra 6, Vers 4 nicht nur die drei weltlichen Herrscher nennt, die den Befehl zum Aufbau des Tempels oder der Stadt gegeben haben, sondern dass der Vers an erster Stelle Gott selbst nennt. Suchen wir jetzt also nach dem Beginn der zweiten Frist von 62 Jahrwochen. Die 70 Jahrwochen sind in drei Teile gegliedert. Sieben Wochen, 62 Wochen und eine Woche. Oben haben wir gesehen, dass die ersten sieben Wochen deshalb von den übrigen getrennt werden, weil nach deren Ablauf ein großes Ereignis anstand. Der Gesalbte, der Fürst, nämlich der in Jesaja 45 verheißene Kyros würde kommen und den Wiederaufbau des Tempels ermöglichen. Danach würde Jerusalem für 62 Wochen gebaut sein. Und 62 Wochen lang wird es, Jerusalem, wieder aufgebaut sein, mit Plätzen und Gräben, wie wohl in kummervoller Zeit. Jetzt wird es spannend, denn jetzt berechnen wir den zweiten Zeitpunkt. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen zweiten Zeitpunkt zu ermitteln. Erstens, man lässt, wie bisher auch, die 62 Jahrwochen unmittelbar auf die ersten sieben Jahrwochen folgen und rechnet insgesamt 69 Jahrwochen. Zweitens, man rechnet beide Fristen vom gleichen Ausgangsjahr aus. Zu 1. Wenn man ausgehend vom Jahr 605 vor Christus 483 Jahre, also 69 Jahrwoche rechnet, erreicht man das Jahr 122 vor Christus. In diesem Jahr geschah in Israel aber nichts, was von prophetischer Bedeutung gewesen wäre. Wenn man hingegen ausgehend vom Jahr 605 434 Jahre, also nur 62 Jahrwochen rechnet, erreicht man das Jahr 171 vor Christus. Das ist aber ziemlich genau die Zeit, in der Antiochus Epiphanes aufkam. Er herrschte von 175 bis 164 vor Christus als 8. Seleukidenkönig. Er begann aber seine politische Karriere im Jahr 175 vor Christus lediglich als Vormund für seinen Neffen Demetrios, der eigentlich der rechtmäßige Anwärter auf den Seleukiden-Thron gewesen wäre und dessen verwitwete Mutter Antiochus heiratete. Demetrios starb im Jahr 170 vor Christus einen gewaltsamen Tod, der vermutlich auf die Veranlassung von Antiochus Epiphanes zurückging. Im Jahr 173 vor Christus schloss Antiochus einen Freundschaftsvertrag mit Rom. Im Jahr 169 bzw. 168 vor Christus kämpfte Antiochus im 6. Syrischen Krieg erfolgreich gegen Ägypten. Es mag sein, dass er sich in der Zwischenzeit, also zwischen 173 und 169 vor Christus zum König ausrufen ließ. Das würde bestens mit der biblischen Prophetie zusammenpassen. Es könnte also sein, dass Antiochus Epiphanes im Jahr 173 vor Christus einen Friedensvertrag mit Rom abgeschlossen hat und im Jahr 170 vor Christus seinen Neffen töten ließ. Damit wurde er, als Ehemann der Mutter des Demetrios, mehr oder weniger automatisch zum König der Seleukiden. Im Jahr darauf hat er dann den Krieg mit Ägypten angefangen, dessen Sieg er natürlich seiner eigenen Königsherrschaft zuschreiben wollte. Das alles würde bestens mit der oben ermittelten Jahreszahl der biblischen Prophetie zusammenpassen. Antiochus war also zunächst auch nur ein Fürst und das Jahr des Wechsels seiner Herrschaft vom Fürsten zum König korreliert recht genau mit der Vorhersage Gabriels. Der Text in Daniel 9 sagt, Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es sieben Wochen und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben wie wohl in kummervoller Zeit. Um die oben verwendete Frist von 62 statt 69 Wochen anwenden zu können, müsste der Vers aber wie folgt umformuliert werden. Von der Zeit, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es einmal sieben Wochen und einmal 62 Wochen. Der Vers ginge dann weiter, Und es, Jerusalem, wird wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben wie wohl in kummervoller Zeit. Diese Art der Übersetzung ist möglich und erlaubt, denn die Worte in diesem Vers sind dunkel und ihre Bedeutung nicht eindeutig, was zu einer Fülle unterschiedlicher Übersetzungen geführt hat. Tatsächlich übersetzt die Elberfelder Bibel aus dem Jahr 1871 den Vers 25 wie folgt. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden und zwar in Drangsal der Zeiten. Auch die Elberfelder aus dem Jahr 1905 übersetzt so. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden und zwar im Drangsal der Zeiten. Diese Übersetzung ist also erlaubt und existiert. Sie wird von denjenigen Auslegern verwendet, die von Ataxerxes 69 Wochen bis zur Kreuzigung Christi konstruieren wollen, denn diese Art der Übersetzung ermöglicht ihnen, sieben und 62 Wochen zu addieren, weil hier die sieben und die 62 in einem Satz zusammengefasst sind. Aber die Sache verhält sich anders. Die Tatsache, dass die sieben und die 62 sich beide auf einen Fürsten beziehen, legt nahe, zwei Fürsten zu ermitteln, deren Auftreten jeweils vom Jahr 605 aus errechnet werden soll. Das ist eine der Neuheiten der hier gezeigten Auslegung, denn es kommen zwei Fürsten, Kyros und Antiochus Epiphanes. Beide Fristen der Jahrwochen vom gleichen Datum aus zu berechnen, grenzt fast schon an Ketzerei, so unwahrscheinlich klingt es. Aber die Tatsache, dass diese Rechnung ausgehend vom Jahr 605 zugleich zwei passenden Ergebnissen führt, nämlich zum Kommen des Kyros und zum Kommen des Antiochus Epiphanes, ist außergewöhnlich, denn ein zufälliges Zusammentreffen von gleich drei passenden Ereignissen, nämlich dem Jahr 605 vor Christus, in dem Jeremia 25 geschrieben wurde, dem Kommen von Kyros und dem Kommen von Antiochus Epiphanes, ist mehr als unwahrscheinlich und plausibilisiert unser Ergebnis gleich dreifach. Trotz der starken Beweise hinterfragen wir unser Ergebnis noch einmal, denn die Frage ist ja auch die, ist unsere Art der Auslegung genauso konstruiert wie die herkömmliche? Auf den ersten Blick scheint auch die hier gezeigte Art der Auslegung, nämlich zwei Herrscher vom gleichen Datum aus errechnen zu wollen, genauso konstruiert zu sein, wie die Variante von Ataxiaxis bis zu Christi Kreuzigung zu rechnen. Allerdings mit einigen wichtigen Unterschieden. Erstens, der Zeitpunkt des Beginns der 70. Jahrwoche wird aus dem Text von Daniel 9 heraus entwickelt und argumentiert und nicht, wie bisher üblich, willkürlich auf Ataxiaxis festgelegt, weil nur so die 69 Jahrwochen bis zu Christi Geburt reichen. Zweitens, es ist keine Umrechnung von Jahren in Tage und dann wieder in Jahre nötig, um den Regierungsbeginn beider Fürsten zu finden. Drittens, Kyros ist ganz unstrittig einer der beiden gesalbten Fürsten, denn auch die Jesaja-Prophetie sagt ihn bereits namentlich voraus. Das Datum seiner Herrschaft muss, wenn die Prophetien der Bibel richtig angewendet werden, ganz ungezwungen aus einer Berechnung resultieren und das erfolgt ganz offensichtlich in der hier gezeigten. Viertens, Antiochus Epiphanes ist unbestritten der Haupt- und Zielpunkt der kompletten Prophetie Daniels, denn in ihm als Person kumulieren alle Visionen und Träume Daniels und mit ihm als Person befassen sich die letzten drei Kapitel des Buches in auffallender Ausführlichkeit. Fünftens, der Umstand, dass der Beginn der Herrschaft von Antiochus Epiphanes bei einer Berechnung ausgehend vom Jahr 605 genau getroffen wird und Antiochus Epiphanes nachweisbar die Hauptperson der Daniel-Prophetie ist, ist die Begründung, warum die Frist von 62 Wochen ab dem gleichen Jahr berechnet wird, wie das der sieben Jahrwochen, ab 605 v. Chr. Da alle die oben genannten Umstände deutlich auf Kyros und insbesondere Antiochus Epiphanes hinweisen, wird er in dieser Auslegung als der zweite Fürst angesehen, den Gabriel angekündigt hat. Aber warum werden beide Herrscher als Fürsten angekündigt und nicht als Könige? Wie oben schon erklärt, war Kyros zunächst ein Regionalfürst, bevor er König von Persien wurde. Im Jahr 539 v. Chr., als Daniel die Vision erhält, waren die ersten 49 Jahre bereits seit 20 Jahren abgelaufen und Kyros war pünktlich und wie in der Bibel vorhergesagt, laut den historischen Quellen ungefähr um das Jahr 559 v. Chr. tatsächlich gekommen. Aber da war er noch ein Fürst. Antiochus Epiphanes ist der zweite Fürst, der in Daniel 9 von Gabriel angekündigt wird, denn der Engel spricht von zwei Fristen, einmal sieben und einmal 62 Jahrwochen. Antiochus Epiphanes war kein Monarch von königlicher Abstammung, sondern ein niederträchtiger Mensch, der keinerlei Anspruch auf das Königreich hatte. Zu Beginn war er nur ein Fürst, ein Regent, denn er herrschte zunächst nur als Vormund für seinen Neffen, den er später aber hinterging, absetzte und sich selbst zum König machte. Deshalb wird er von Gabriel als Fürst, als Regent angekündigt, aber nicht als König. Das Königtum hat er durch Intrigen an sich gerissen. Somit waren Kyros und auch Antiochus Epiphanes zu Beginn ihres Auftretens Fürsten, weshalb Gabriel sie in seiner Erklärung an Daniel auch so nennt. Die Unterweisung Gabriels ist hochexakt, denn auch die Herrschaftsbezeichnungen Fürst, König oder auch Gesalter, wie wir gleich noch sehen werden, haben ihre ganz bestimmte Bedeutung. Die Tatsache, dass wir so sehr tief in den Text eindringen können und immer noch sinnvolle Aussagen finden, ist sehr erfreulich, weil sie unser Ergebnis nur mehr bestätigt. Auch die inhaltliche Beziehung von Kapitel 9 einerseits zum Kapitel 7 und 8 und andererseits zum Kapitel 10, 11 und 12 wird jetzt verständlich, denn alle diese Kapitel reden von einem ganz bestimmten Herrscher, Antiochus Epiphanes. Er ist Inhalt all dieser Kapitel, denn sie bauen aufeinander auf und offenbaren immer neue Eigenschaften von Antiochus Epiphanes. Zusammenfassend können wir sagen, dass Daniel 9 eine gedankliche Hinführung zu Kapitel 11 ist. In diesem Kapitel 11 führt die Prophetie Daniels ganz eindeutig zu Antiochus Epiphanes, dem dort überproportional viel Raum eingeräumt wird. Er wird ab Daniel 11, Vers 36 zum Vorbild des endzeitlichen Antichristen, der Antiochus Epiphanes aufs H gleichen wird. In Daniel 7 wird der Antichrist als kleines Horn gezeigt. Gleiches gilt für Daniel 8, wo der Antichrist ebenfalls als kleines Horn gezeigt wird. In Daniel 9 führt die Unterweisung Gabriels, dann zu Antiochus Epiphanes und auch in Daniel 11 ist wieder die Rede von ihm. Daniel 7 und 8 beschreiben also jeweils die geopolitische Herkunft des Antichristen, Daniel 9 beschreibt, wann er kommt und Daniel 11 beschreibt die Ausprägung seiner Herrschaft und sein Ende. So bettet sich Daniel 9 zwischen Daniel 7 und 8 einerseits und Daniel 11 andererseits perfekt ein und ergänzt beide Passagen durch die zeitliche Komponente seiner Ankunft. Ist das nicht wunderbar? Es passt alles zusammen. Die Kapitel stehen jetzt in ihrer Bedeutung nicht mehr isoliert, sondern sie hängen inhaltlich zusammen, bauen aufeinander auf und ergänzen einander, sodass ein umfassendes Bild von Antiochus Epiphanes und mittelbar auch des Antichristen entsteht. Es handelt sich um eine hochexakte, inhaltsreiche und fortschreitende Offenbarung der Person des Antiochus Epiphanes, eine geradezu göttliche Didaktik. Die Bezeichnung Gesalbter oder Messias ist ein Titel, der in der Bibel allgemein nur israelischen Priestern oder Königen zugebilligt wird und nicht zuletzt der Titel Jesu Christi selbst ist. Warum aber wird Antiochus Epiphanes von Gabriel ebenfalls als ein Gesalbter bezeichnet? Zunächst ist festzustellen, dass auch Kyros ein Gesalbter genannt wird und zwar von Gabriel und von Jesaja. Natürlich, Kyros ist als der König bekannt, der die babylonische Gefangenschaft beendet und Israels Rückkehr ermöglicht hat. Auch hat er in einem Dekret Gott als den Gott aller Welt anerkannt. Dennoch ist er ein heidnischer König. Aber warum sollte auch Antiochus Epiphanes ein Gesalbter sein? Dass Antiochus Epiphanes ein Gesalbter genannt wird, ist meines Erachtens ungewöhnlich, weil Antiochus Epiphanes der gottloseste Herrscher des ganzen Alten Testaments ist und den Tempel in Jerusalem geschändet hat wie kein Zweiter. Dennoch weisen alle bisherigen Ergebnisse eindeutig auf ihn hin. Ein Grund könnte sein, dass das Leben des Antiochus Epiphanes genau dem des endzeitlichen Antichristen entspricht und dessen zukünftigen Charakter vorherschattet. Es mag sein, dass er insofern ein von Gott erwähltes und somit gesalbtes Werkzeug war. Denn sein Leben, seine Herkunft, seine Taten und seine Gottlosigkeit sind dem des endzeitlichen Antichristen derart deckungsgleich, dass sogar seine Regierungszeit sieben Jahre betrug, was exakt der Dauer der 70. Jahrwoche entspricht. Ob das ein Grund für die Bezeichnung Gesalbter sein mag? Es möge von uns so akzeptiert sein, weil Gabriel ihn so nennt, aber die Namensgebung bleibt zugegebenermaßen rätselhaft. Wenn das alles mit diesen Fristen der 70. Jahrwoche so sein sollte, wovon ich fest ausgehe, dann ist der Inhalt von Daniel 9, Vers 25 bis 26a brisant. Die Passage darf nunmehr wie folgt gelesen und gedeutet werden. So wisse nun und gib acht. Daniel soll genau achtgeben, denn das, was jetzt kommt, ist ein Geheimnis, das nicht leicht zu verstehen ist. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, das ist Gottes Prophetie an Jeremia in Kapitel 25 im Jahr 605 vor Christus. Bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, ein Gesalbter Herrscher wird kommen. In jedem Fall ist hiermit Kyros gemeint, denn er begann seine Herrschaft sieben Jahrwochen oder 49 Jahre nach der Prophetie aus Jeremia 25 und er wird von Jesaja in Kapitel 45 eindeutig ein Gesalbter des Herrn genannt. Sind es sieben Wochen und 62 Wochen? Hier werden zwei Fristen genannt, zum einen sieben Wochen und zum anderen 62 Wochen. Beide Fristen sind von Jeremia 25 aus zu rechnen. Eine Frist von sieben Wochen, 49 Jahre, führt ins Jahr 556 vor Christus zu Kyros. Die andere Frist von 62 Wochen führt direkt ins Jahr 171 vor Christus zu Antiochus Epiphanes. Wenn aber der Herrscher nach sieben Wochen Kyros war, dann muss der Gesalbte nach 62 Wochen zwingend Antiochus Epiphanes sein. Antiochus Epiphanes ist der Herrscher, in dem die gesamte Prophetie Daniels in Kapitel 11 gipfelt. Er ist das alttestamentliche Vorbild des Antichristen schlechthin. Dann wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben wie wohl in Kummer voller Zeit. Jerusalem wird wieder aufgebaut sein. Der Vers deutet die Erfüllung einer großen Verheißung an, aber er macht keine Aussage über die zeitliche Dauer dieser Phase. Und nach den 62 Wochen, das bedeutet, Antiochus Epiphanes starb im Jahr 164 vor Christus. Das waren also nur sieben Jahre nach dem für das Jahr 171 prophezeiten Ende der 62 Jahrwochen. Im Übrigen ist auch interessant, dass hier von einem Zeitpunkt nach den 62 Wochen und nicht von einem Zeitpunkt nach 69 Wochen gesprochen wird. Aber das haben wir ja oben schon erklärt. Wird ein Gesalbter, das ist nicht Christus, der hier als Gesalbter bezeichnet wird, sondern Antiochus Epiphanes, der Typ des Antichristen schlechthin. Ausgerottet werden. Dieser Gesalbte wird ausgerottet. Das ist ein starkes und abfälliges Wort. Es bedeutet abschneiden, zerstören, verbrauchen, abhauen. Diese Formulierung passt gut auf das schändliche Ende des Antiochus Epiphanes. Und niemand wird ihm helfen. Diese Formulierung ist sehr interessant, denn sie wird von der Lutherbibel 2017 in Daniel 11, 45 verwendet, wo steht, aber es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Diese Formulierung in Daniel 11, 45 bezieht sich aber auf Antiochus Epiphanes beziehungsweise auf sein endzeitliches Pendant den Antichristen und nicht auf Christus. Die Parallele zu Daniel 9 ist sehr wichtig, denn sie verbindet die Prophetie in Daniel 9 aufs engste mit Daniel 11 und stützt die hier gemachte Hypothese sehr, so befremden sie auf den ersten Blick auch Klingenmark. Bemerkenswert, wie der Vers jetzt verständlich wird. Man kann jedes Detail verstehen und auch unter der Lupe näherer Betrachtung bleiben die Worte des Engels sinnhaft. Dem muss nichts hinzugefügt oder durch fadenscheinige Verschlimmbesserungen ergänzt werden. Wohl dem, der aufmerksam zuhört, wenn der Engel redet. Auch wenn die hier gezeigte Auslegung von Daniel 9 auf den ersten Blick mehr als befremdlich erscheinen mag, hat sie doch sehr gewichtige Vorzüge zu der bisher allgemein anerkannten Auslegung. Sie hält sich eng an den Text aus Jeremia 25, den Daniel gelesen hat und der Ausgang der Konversation Gabriels mit Daniel wahr. Die sich ergebenden Fristen sind stimmig und inhaltsvoll. Die Formulierungen sind passend. Die inhaltlichen Beziehungen stehen aufs engste miteinander in Einklang. Der Engel Gabriel ruft Daniel zu äußerster Aufmerksamkeit auf. Sei achtsam und verstehe das. Denn jetzt will er Daniel zur letzten großen Offenbarung führen, der des Antiochus Epiphanes, der in Kapitel 11 dann vollends enthüllt werden wird, der ein Vorbild des Antichristen ist und dessen Herrschaft bis zum letzten Ende reicht. Das ist gewaltig. Sei also äußerst aufmerksam, Daniel. Es gibt noch weitere starke Gründe, die hier aufgemachte Sichtweise als belastbar zu belegen. Und die schauen wir uns jetzt an. Stellen wir eine Frage. Warum liegt die 70. Jahrwoche von den übrigen in so weitem zeitlichen Abstand? Müsste sie nicht unmittelbar an die letzte anschließen? Nicht unbedingt. In profaner Zeitrechnung liegt sie in einem über 2000 Jahre dauernden Abstand. Inhaltlich hingegen schließt sie unmittelbar an die 70. Jahrwoche an, denn Daniel 9, Vers 26b springt unmittelbar in die Mitte der endzeitlichen 70. Jahrwoche. Dazu gleich mehr. Denn erst muss die Frage beantwortet werden, ob es überhaupt erlaubt ist, einen solch langen zeitlichen Abstand zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche anzunehmen. Um das zu beantworten, begeben wir uns zum Standbild Daniels. Das goldene Haupt war Babylon. Die silberne Brust mit den beiden silbernen Armen war Medopersien. Der bronzene Bauch und die bronzenen Seiten war Alexander der Große. Die eisernen Schenkel waren die Diadochen. Alle diese Weltreiche sind Geschichte. Sie sind Vergangenheit. Aber der Stein, der das Standbild an seine Füße schlägt, der ist noch Zukunft. Es ist ein Bild auf Christus, den Stein, der von einem Gebirge, dem Reich Gottes, herabkommt und das Standbild an seine Füße schlägt, es zerstört und selbst zu einem Berg wird, der die ganze Erde füllt. Das ist ein Bild für Christi weltweites Friedensreich. Diese Art der Auslegung ist allgemein anerkannt und steht in Übereinstimmung mit dem Text der Bibel. Wenn aber Christus wiederkommt, um sein Reich zu errichten und er das Standbild an seine Füße schlägt, dann müssen zu dem Zeitpunkt, wenn er kommt, die beiden Füße herrschen, denn das Standbild zeigt er die zeitliche Abfolge der Weltreiche. Das bedeutet aber, dass zwischen den Schenkeln und den Füßen eine zeitliche Spanne von über 2000 Jahren besteht. Diese Zeitspanne reicht vom Ende der Diadochenzeit bis zur Wiederkunft Christi. Es ist im Wesentlichen die gleiche Zeitspanne, wie die hier gezeigte, denn die Zeitspanne, die zwischen den Schenkeln und den Füßen liegt, ist ziemlich genau die, wie die von Antiochus Epiphanes bis in die Endzeit. Wenn also zwischen den Schenkeln und den Füßen eine Zeitspanne liegt, dann kann auch zwischen dem Ablauf der letzten und dem Beginn der 70. Jahrwoche eine Zeitspanne liegen und das tut es auch. Denn nach der 70. Jahrwoche sollen beispielsweise die Gesichte und Weissagungen versiegelt werden. Das ist aber noch nicht geschehen, denn Paulus schreibt über 20 Mal von der Weissagung und insbesondere die Johannesapokalypse enthält viele Weissagungen, die noch nicht erfüllt sind. Unterstellt man daher, dass die 70. Jahrwoche schon gewesen sei, dann muss man gleichzeitig die Johannesapokalypse als Weissagung verwerfen. Akzeptiert man aber die Johannesapokalypse, dann kann die 70. Jahrwoche noch nicht gewesen sein, denn nach ihr gibt es keine Weissagung und Gesichte mehr. Warum nicht? Weil dann die ganze Welt mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein wird, wie Jesaja 11 sagt. Somit ist gezeigt, dass es lange Zeitsprünge in der Bibel gibt und damit ist auch möglich und erlaubt und dem Bibeltext mehr als angemessen, die 70. Jahrwoche als von der letzten Jahrwoche abgetrennt zu sehen. Kehren wir zu obigem Punkt zurück, in dem behauptet wurde, dass Daniel 9, Vers 26b in die Mitte der endzeitlichen 70. Jahrwoche springt. Der Text lautet wie folgt. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und niemand wird ihm helfen. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören, aber dann kommt das Ende durch eine Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Oben wurde festgestellt, dass mit dem Gesalbten Antiochus Epiphanes gemeint ist. Denn er wird abgeschnitten, verworfen und niemand wird ihm helfen. Übergangslos fährt der Text fort und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören, aber dann kommt das Ende durch eine Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Ein Gesalbter, Antiochus Epiphanes, wird also ausgerottet und das Volk eines Fürsten, des Antichristen, wird kommen. Denn dieser Fürst ist es, der für eine Woche sieben Jahre lang einen Bund mit den vielen schließen wird. Denn Vers 27 sagt, er wird aber einen Bund schließen mit den vielen eine Woche lang. Wer ist dieser er? Es ist der Fürst aus Vers 26, dessen Volk erst noch kommen wird. Der Gesalbte aus Vers 26 ist Antiochus Epiphanes. Er wurde nach der 62. Woche im Jahrhundert 64 vor Christus ausgerottet und niemand half ihm. Nun fährt Daniel fort, dass das Volk eines Fürsten kommen wird, dass die Stadt Jerusalem und das Heiligtum zerstören wird. Dieser Fürst schließt einen Bund mit den vielen für eine Woche. Die 70. Jahrwoche ist noch Zukunft. Sie hat noch nicht begonnen. Wenn dieser Fürst einen siebenjährigen Bund schließen wird, müssen Fürst und Bund noch zukünftig sein. Dann muss aber auch sein Volk noch zukünftig sein. Dann aber können es nicht die Römer sein, die Jerusalem im Jahr 70 nach Christus zerstört haben, auch wenn man es als eine Vorerfüllung deuten mag. Vers 27 spricht also von der letzten 70. Jahrwoche, die noch fehlt, denn die ersten sieben Jahrwochen und die 62 Jahrwochen wurden in Daniel 9 bereits abgehandelt. Es fehlte bisher also noch die letzte 70. Jahrwoche und die wird jetzt in Vers 27 mit folgenden Worten beschrieben. Er, der Fürst, der endzeitliche Antichrist, wird aber einen Bund schließen mit den vielen eine Woche lang. Gabriel springt also in seinen Ausführungen zeitlich von Antiochus Epiphanes, der Gesalbt in Vers 26a, mitten in die endzeitliche 70. Jahrwoche, Vers 26b, zu einem Fürsten, der noch kommen soll, zu seinem Volk, das noch kommen soll, und zu einem Bund, der noch kommen soll. Vers 26b ist also gänzlich zukünftig zu verstehen. Warum aber geht Gabriel von dem historischen Antiochus Epiphanes übergangslos zu einem Fürsten, der noch kommen soll? Weil Antiochus Epiphanes das Vorbild des endzeitlichen Antichristen ist und der Antichrist das endzeitliche Pendant des historischen Antiochus Epiphanes. Beide verschmelzen zu einer politischen Figur. Gabriel überspringt also die ganze alttestamentliche Zeit von Antiochus Epiphanes bis Christus und sogar über die ganze Zeit der Gemeinde Jesu Christi hinweg, bis in die letzte Zeit des Endes, bis zur endzeitlichen Wiederholung des antiken Antiochus Epiphanes, bis zum Antichristen. Und damit bis in die letzte Zeit des Endes. Denn er sagt, und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Da Gabriel diese ganze lange Zeit überspringt, tut er so, als ob auf Antiochus Epiphanes unmittelbar der Antichrist folgt. Warum? Weil sich die beiden bis aufs H gleichen. Nach irdischer Zeitrechnung liegen zwischen der letzten und der 70. Jahrwoche weit über 2000 Jahre. Aber nach prophetischer Zeitrechnung folgen beide Jahrwochen unmittelbar aufeinander. Warum das? Weil die Endzeit ganz und gar der antiken Zeit und der damaligen geopolitischen Situation zur Zeit des Antiochus Epiphanes entspricht. Sie ist geradezu deckungsgleich und wird sich wiederholen. Je genauer wir also die Bibel kennen, desto genauer wissen wir, was in der Endzeit kommen wird. Das ist alles sehr komplex und deswegen sollte Daniel und sollen auch wir sehr aufmerksam zuhören auf das, was der Engel sagt. Seine Unterweisung ist deswegen so komplex, weil er die Antike und die Endzeit gleichzeitig beschreibt und beide dennoch im Text unterscheidbar bleiben. Das ist tatsächlich genial. Genau genommen springt der Engel in die Mitte der 70. Jahrwoche. Warum? Erstens, weil er von einem Fürsten spricht. Zweitens, weil das Volk dieses Fürsten und nicht der Fürst selbst die Stadt und das Heiligtum verwüsten wird. Erinnern wir uns, die Stadt Jerusalem wird in der Endzeit von einer Koalition aus Ephraim und Damaskus angegriffen. Ephraim und der abgespaltenen Norden Israels werden dann noch nicht unter der Führung des Antichristen stehen, sondern noch unter der Führung des falschen Propheten. In diesem ersten Angriff wird die Stadt nicht erobert. Stattdessen kommt die Stadt Jerusalem in dieser Belagerung zur Wiedergeburt. Die Tochter Zion gebiert. Danach wird für 1260 Tage das Evangelium Christi aus Jerusalem heraus der ganzen Welt verkündigt. Dieser Tag der Wiedergeburt Jerusalems markiert gleichzeitig den Beginn der letzten 70. Jahrwoche. Aber in der Mitte der Jahrwoche, nach 1260 Tagen nämlich, kommt ein zweiter Angriff der oben genannten Koalition gegen Jerusalem. Diese Koalition steht zu dem Zeitpunkt der Belagerung auch noch immer unter dem Befehl des falschen Propheten, denn der Antichrist herrscht ja nur 42 Monate und nicht die ganzen sieben Jahre. Er schließt zwar einen siebenjährigen Bund mit dem abgefallenen Norden Israels, den vielen, aber er selbst herrscht als König nur 42 Monate, und zwar während der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Während der gesamten ersten Hälfte der 70. Jahrwoche ist der Antichrist nur ein Fürst und noch kein Herrscher, noch kein König. Bei dieser Belagerung bricht die angreifende Armee, das Volk des Fürsten, in die Stadt und nimmt sie ein. Bei der Gelegenheit erdreistet sich, der Antichrist alle Wiedergeborenen in Jerusalem zu töten. Er tötet Gleicherschaft im Tempel. Damit ist die Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi aus Jerusalem heraus beendet. Das Opfer ist abgetan. Darüber werden sich die ungläubigen Juden in der Endzeit freuen. Sie werden den Antichristen als ihren Meschiach Ben David feiern. Sie werden diesen göttlichen Titel, der allein Jesus Christus vorbehalten ist, dem Antichristen verleihen. Mit diesem göttlichen Titel wird sich der Antichrist von den ungläubigen Endzeitjuden in Jerusalem verehren lassen. Denn er setzt sich in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Das meint Paulus in 2. Thessalonischer 2. Ab dann übernimmt der Antichrist die Führung der Koalition. Ab dann ist er auch kein Fürst mehr, sondern ein König, dessen Reich zu ungeahnter Größe anwächst. Er regiert dann für die Dauer der zweiten Hälfte der Jahrwoche, nämlich für 42 Monate. Aber er wird ausgerottet werden und niemand wird ihm helfen. Jetzt ist klar, warum Gabriel von einem kommenden Fürsten spricht. Es wird auch verständlich, warum das Volk eines kommenden Fürsten die Stadt Jerusalem und den Tempel verwüstet, denn er ist zu dem Zeitpunkt noch nicht König dieses Volkes, sondern nur ein Teil von ihm. Aber er wird durch seine Gräueltaten als gottgleicher König, als Melech verehrt werden und er wird im Heiligtum in Jerusalem einen Gräuel der Verwüstung anrichten, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über den Verwüster, den Antichristen, ergießen wird. Dann nämlich, wenn Jesus Christus kommt. Jetzt fehlt noch eins, warum der Antichrist von Gabriel ein Gesalbter genannt wird. Die Erklärung wird uns unter anderem zu 2. Thessalonischer 2, einer sehr prominenten Stelle von Paulus führen. Also aufgepasst! Noch einmal zurück zu Antiochos Epiphanes, der ja von Gabriel als Gesalbter bezeichnet wird. Er steht in engster Übereinstimmung mit dem endzeitlichen Antichristen, der bei der Eroberung Jerusalems und nach der Tötung der Wiedergeborenen in der Stadt von den ungläubigen Juden als ihr Messias Ben David gepriesen und somit göttlich verehrt wird. Könnte es sein, dass der Antichrist bei dieser Gelegenheit von den Juden gesalbt wird? Dann wäre er tatsächlich ein Fürst, ein König und ein Gesalbter. Die Salbung wäre keine Salbung Gottes, aber es wäre zumindest erklärlich, warum Gabriel Antiochos Epiphanes und mittelbar durch ihn auch den kommenden Antichristen als Fürsten und gleichzeitig auch als einen Gesalbten bezeichnet. Ist das nicht schön? Das ist Gottes Wort. Welch eine Tiefe und ein Reichtum. Jetzt sind wir am Ende der Lehrstunde von Gabriel angelangt. Das ist alles sehr komplex, umfangreich und verschachtelt. Die Bedeutung von Daniel 9 ist nur dann zu ergründen, wenn man umfangreiche Vorkenntnisse aus der Bibel hat, die wir in den letzten Folgen ja zusammengetragen haben. Das alles ist weitaus komplexer, als die landläufige Auslegung es vermuten lässt. Hier noch einmal eine Zusammenfassung der Gründe für die vorliegende Sichtweise. Daniel las Jeremia 25. Für den Beginn der 70 Jahrwochen wurde das Datum dieser Bibelstelle verwendet, nämlich das Jahr 605 vor Christus. Das Wort, das ausging, dass die Stadt Jerusalem und der Tempel wieder gebaut würden, stammte von Gott selbst. Er ließ es durch Jeremia aufschreiben und Kapitel 25 mit einer dreifachen Datumsangabe versehen. Daniel las dann später dieses Kapitel. Vom Zeitpunkt der Entstehung von Jeremia 25 wurden sieben Jahrwochen gerechnet, was in die Zeit des Regierungsantrittes von Kyrus führt. Er ist der Gesalbte aus Jesaja 45. Ein zweites Mal wurden, erneut von Jeremia 25 aus, 62 Jahrwochen gerechnet. Dann kommt man in die Zeit von Antiochus Epiphanes im Jahr 171 vor Christus. Von Antiochus ausgehend springt Gabriel dann gedanklich bis in die Endzeit, bis zum Antichristen und bis in die Mitte der 70. Jahrwoche. So fügt er die 70. Jahrwoche in prophetischer Zeitrechnung unmittelbar an die ersten Jahrwochen an. Die ersten Jahrwochen enden aber nicht mit dem Datum der Kreuzigung Christi bzw. mit seinem triumphalen Einzug in Jerusalem, sondern sie enden mit dem Kommen von Antiochus Epiphanes im Jahr 171 vor Christus. Die prophetische Zeit beginnt laut Gabriel erst wieder in der Endzeit mit der 70. Jahrwoche zu laufen. Alles, was dazwischen liegt, ist nicht Gegenstand der Prophetie Daniels. Damit ist auch die Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 n. Chr. in Daniel nicht enthalten, denn sie liegt außerhalb der von Gott durch Gabriel angeordneten Jahrwochen. So erstaunlich es auch immer wieder klingen mag. Daniel 9 ist eine gedankliche Hinführung zu Daniel 11, wo Antiochus Epiphanes 50% des Kapitels einnimmt und fügt sich so perfekt zwischen Daniel 7 und 8 bzw. Daniel 11 ein. Die prophetische Sicht ist hochkomplex und aller Aufmerksamkeit wert. Gottes Wort ist wahr. Vertraue und glaube, es ist hochkomplex Ich habe die Begriffe geschlossen, dass die Begriffe ein Wunsch ist hochkomplex und alle Aufmerksamkeit von der Begriffe mit dem